hallo liebe kinderlein kommt euch näher ich möchte euch so gerne anbeißen und damit moin moin hallo und herzlich willkommen zurück liebe youtube zuschauer zu little nightmares und so langsam krieg von dieser kleinen hier wirklich weit mehr ist die ist ja bald noch das grausamste hier am spiel zumindest was ihr verhalten betrifft kann das ding uns vielleicht erschlagen das wäre so fast semi schön im moment dann wäre es vorbei wer weiß was sie den armen kleinen gnümchen die werden uns doch jetzt kein stück mehr über den weg trauen darum ist eine stadtwette da müssen wir hin die werden uns doch jetzt kein stück mehr trauen und glauben wenn wir die knuddeln wollen wir glauben doch jetzt erst recht wir wollen ihnen alles die tante die alte hexe dich fress ich auch weiß ich in den knöchel rein und dann ist er auch tot ja genau das mache ich mit dir so fahren wir jetzt wirklich hinter der her ist das so eine gute idee ich glaube ich gehe erst mal vorsichtshalber hier unter weiß ja nie was im fahrstuhl wartet und lauert ne der gästebereich so zu geben dass ich das spiel gerade doch so kleines bisschen suchte weil ich finde es einfach mega mäßig geil soll ich das hier gerade auf also streame hier und aufnehmen ist doch nicht mal die erste folge erschienen kann man die kleider von der alten anzünden hier die kimonos den spiegel hat sie zerbrochen sie will sich anscheinend selbst nicht mehr ins eigene antlitz sehen wahrscheinlich hässlich für die nacht komme ich hier vielleicht hoch naja nicht ganz schade i'm watching you ja sehr nette bilder hier und da brauchen wir wieder einen schlüssel auch noch und da ist ein bild verhangen das macht mich doch gleich neugierig mehr kommen wir ja das kriegen da kommen wir doch irgendwie dran oder es muss doch gehen aber voll erst mal mit dem gesicht dagegen hat es aber auch nicht anders verdient geht nicht verdammt ich würde gerne das den vorhang da runterziehen tausend gründe nicht hier zu sein und irgendwo hier muss ein schlüssel sein das ist dann der vermutlich einzige grund hier doch was zu tun mit den zerbrochenen spiegel oder sonnestatouette auch gemein und der herzschlag wird lauter hier alle bilder von sich selbst anscheinend sind verhangen und da ist wieder das bild von einem kleinen mädchen hier mit durchgekratztem gesicht da oben hängt ein neues wo ist der schlüssel wahrscheinlich auf der kommode ne allein da ist der schlüssel wo bleibt sie warum kommt sie nicht und warum hat der schlüssel in der vase ich hätte jetzt eigentlich fest damit gerechnet dass sie angehuscht kommt guckt in der zeit können wir raus ich kann kurz den schlüssel da draußen irgendwo hin deponieren und keine ahnung aber wir werden sterben ich zeig ja eh alle tode passt also sie ist weg das gefällt mir noch weniger wenn ich ehrlich bin gefällt mir das noch weniger komm nimm die schlüssel die wartet doch hier irgendwo auf uns das schreckliche spitz ist doch da im schrank drin oder wo versteckt die wo wartet die vorher theoretisch die könnte sich ja in irgendeine ecke stellen das würde wahrscheinlich auf den ersten blick gar nicht auffallen wenn man nicht aufpasst dass da vielleicht doch nur ein kimono auf so eine mannequin ist sondern sie steht oh ich will gar nicht sein komm noch mal auf das ding da hier genau sowas meine ich und dann ist sie es da ist sie ich wusste es ich wusste es ich wusste es ich wusste es hier ist auch im endeffekt wieder das gleiche spiel da 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 welchen von denen ist es oh oi 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 man kann natürlich jetzt mal kurz hin und gucken ob ich noch irgendwo es ist doch hier wieder perfekt um irgendwelche verdammten ziel zu verstecken deswegen mache ich hier doch noch mal eine runde solange nichts angreift habe ich ja vielleicht noch die moment zeit aber sie schnauft und keucht schnauft und schneucht keine puste mehr da muss ich auch so ein bisschen drauf achten anscheinend dass ich noch genug energie habe wenn es ankommt die älte Vettel vermutlich jetzt oder nicht soll ich mich da in dem Sack einfach was ist das hier ah da können wir ihren Spiegel vorhalten und das wird sie wahrscheinlich nicht wollen ist der Spiegel überhaupt nicht spiegelig ich glaube das sieht so ein bisschen ungespiegelt aus inzwischen gut guck mal mit Kontrolle nicht so gut na komm mal ah ja das Auge geht vermutlich an wir müssen sie versteinern oder nicht aber irgendwas mit dem Spiegel müssen wir machen das ist ah das findet sie nicht gut stell wieder auf mädchen wir müssen auf jeden Fall die Lichtflecke suchen da denn wenn sie uns angreift brauchen wir das Licht damit sie sich selbst im Spiegel sieht komm ruhig komm ruhig deine Maske täuscht nicht dass du im tiefen Inneren eine verabschauenswürdig hässliche Seele hast so und irgendwie hätte ich das Gefühl das große Auge könnte auch noch ja das jetzt gerade nicht sehen einen wichtigen Punkt spielen Spiegel haben Macht und hier sehen wir es Perdas Ding ich hoffe das Ding zerbricht nicht weil da weiß ich nicht mehr was ich machen soll außer weglaufen mich verstecken und bibbern na komm na komm na komm na nur nimm das Ding nimm das Ding nimm das Ding wahrscheinlich wird die Kleinen hier selbst mal zu der da ich kann es mir zumindest vorstellen bei ihrer Entwicklung die sie hier macht sie bezwingt gerade ihre ja sie holt sich gerade ihren Posten sozusagen nein der Spiegel steh auf kleine und nun gehst du hin und frisst sie oder was? der Hunger kommt doch schon wieder ja warum muss ich recht haben mit solchen Vermutungen und ich scheine recht zu haben ich würde mir die Alte gerne mal von nahe angucken jetzt erstmal hier zu deiner Maske ne damit du es weißt vielleicht kannst du nett sein und hier die Maske anverkehrt und sagen ok lässt mich gehen und alles ist gut nein sie wird der Albtraum sie ist der kleine Albtraum sie wird der Luft Nun? Ich bin gerade echt gespannt. Oh! Mist, Mist, Unheil. Na, ihr Dicken? Ich bin... Jetzt kommt die Rache der kleinen Mädchen. Du auch, fette Oma. Er kommt! Ja, kommt ruhig. Du auch? Er will schon nicht mehr. Na, komm um, ey. Ich habe keine Angst vor dir. Sorry. Kommt. Ich nehme alles von euch. Ich nehme eure Seele. Macht. Oh. Wir werden jetzt vielleicht auch nochmal den abendlosen Hans sehen. Und Koch, Erik. Und Koch, Erik. Die Räume der Herren. Ihr seht ja die jetzt schief in Anblendung nicht. Deswegen lese ich sie gerade vor. Und ich habe echt den Verdacht, dass es das doch leider schon war. Und die kleinen Gnome. Oh, sie geht inzwischen auch allein. Ich muss das nicht mehr gehen. Auf Wiedersehen, ihr Kleinen. Tja. Tja. Tasiere Studios. Das war es dann wohl wirklich und leider und doch schon. Aber ganz ehrlich, für 16,90 Euro oder was es kostet, ne? Auf jeden Fall ein top Spiel. Da kriegt man teilweise für 6,99 Euro weniger Inhalt. Auf jeden Fall megamäßig schön umgesetztes Spiel. Also da auf jeden Fall auch an jedem, der sich sagt, ja, das Spiel hat mir soweit gefallen. Selber kaufen und selber spielen. Das ist noch eine ganz andere Erfahrung. Vielleicht findet ihr dann ja auch alles. Ich weiß gar nicht, ob ich alle Secrets und so gefunden habe. Ob ich alle kleinen Gnömchen geknuddelt habe. Aber wow. Und dass sie diese Entwicklung macht. Es war irgendwie ja absehbar, aber es ist immer so. Ich schätze mal, die meisten werden vielleicht eher gute Hoffnung gehabt haben. Man bringt sie in Sicherheit, rettet alle Mädchen und so weiter und so fort. Und ich bin ja halt eher so der düstere Typ, der sich denkt, da kann unser kein Held wirklich Sabient geben. Und tja, am Ende hat sie dann Gnomis getötet, hat die Herren getötet. Hat ganz viele von diesen verfressenen Feisten getötet. Also sie ist eigentlich eher zu dem geworden, von dem sie fliehen wollte. Dem sie entgehen wollte. Ja, einfach nur mega schönes Spiel. Und wie gesagt, kaufen. Auf jeden Fall, wenn ihr solche Spiele mögt und selber spielen wollt, kauft sie. Nicht irgendwie böse runterladen oder so, sondern würde ich auch kaufen. Denn nur so gewährleistet ihr und wir alle, dass es auch in Zukunft solche tollen Spiele geben wird. Und ich bin gespannt, es ist ja auch noch, ich weiß gar nicht, ob da vielleicht auch noch irgendwie so DLC-mäßig irgendwas kommt, geplantes Zusatzinhalte. Ich werde auf jeden Fall einen Blick drauf werfen und riskieren. Und ob das Spiel jetzt an drei, ja an zwei Tagen, ich habe es gestern gekauft. Hat die ersten drei Folgen ja so aufgenommen. Dann gestern Live-Let's-Play gemacht, die erste Runde hiervon. Jetzt die zweite Runde. Heute guten Morgen. Und dann haben wir es jetzt schon durch. Das ist natürlich schade, aber ganz ehrlich, es war ein schönes Spiel für den Preis auch in Ordnung. Voll und ganz. Und für mich geht jetzt wieder dann die Überlegung los, was als nächstes? Vielleicht doch Outlast 2? Oder doch mal wieder einen größeren Titel, so wie Prey oder so. Ich bin mir auch echt unsicher. Auch schade, dass gerade so auf Twitch gar nichts los ist. Keiner hat dabei. Schade, ich bin ganz allein. Anscheinend zumindest. Zumindest hat sich noch nie jemand im Chat irgendwie bemerkbar gemacht. Oder er liegt bei mir nicht. Ich sag es gerade und da kommt einer rein. Hallo Chris. Das nennt sich dann wohl Timing. Ja. Wie gesagt, ein wunderschönes kleines Horrorspielchen. Und ich kann es nur jedem wärmstens ans Herz legen, der da auch Interesse an sowas hat oder so. Und ja, wie gesagt, ich muss ja mal gucken, was das nächste wird. Was das nächste Projekt wird. Ja, perfektes Timing. Das schreibt er auch gerade. Hier zum Outro kann ich ja auch ruhig auf den Chat reagieren. Sonst würde ich es ja während normaler Folgen müssen lassen. Das ist gut. Das ist echt ein gutes Timing. Mal gucken. Wie später haben wir es denn? 11 Uhr. Mal schauen, ob ich vielleicht noch irgendwie was anderes gleich mache. Auf jeden Fall haben wir jetzt Live Let's Play von Little Nightmares hiermit beendet. Ich hoffe, euch auf YouTube werden die Folgen gefallen haben. Würde mich natürlich freuen, wenn es euch gefallen hat. Wenn ihr dann mich unterstützen wollt, wisst ihr, wie ihr das machen könnt, ne? Kennt das ja. Links soweit in der Beschreibung. Wenn ihr zum Beispiel bei Amazon mal was kauft, gibt es auch so einen schönen Link. Einfach mal draufdrücken, was waren kommt, schmeißen, bestellungen abschicken. Da könnt ihr mich richtig doll mit supporten sogar. Und in dem Sinne an euch, liebe YouTube-Zuschauer, noch einmal vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Projekt wieder. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020